Herzlich willkommen zu den Wetteraussichten hier bei wetter.net. Noch hält die Kaltluft dagegen. Und mit einer östlichen Strömung hat sich das Wetter in Deutschland fest im Griff. Dauerfrost, die vergangene Nacht besonders kalt, vor allen Dingen am Alpenrand. Minus 18 Grad in Oberstdorf beispielsweise. Aber die Fragestellung, die wir gestern hatten, wird die mildere Luft am Wochenende es bis zu uns schaffen? Ja, sie wird es schaffen. Das Tiefdruckgebiet hat sich jetzt doch so einigermaßen entschieden, wo es langziehen möchte. Zumindest haben die Modelle es erkannt. Es zieht wahrscheinlich südlich an Skandinavien vorbei. Und deshalb wird die Warmluft einmal angezapft und kommt einmal zu uns nach Deutschland hereingespült. Das Ganze geht nicht einher, ohne dass es auf den Straßen zum Teil sehr glatt wird durch gefrierenden Regen am Wochenende. Darauf kann man sich schon mal gedanklich ein bisschen einstellen. In der vergangenen Nacht hat es wie erwartet geschneit in den westlichen Landesteilen, in der Grafschaft Benthain im Enzland und weiter in Richtung Saarland tatsächlich so zwei bis vier Zentimeter Neuschnee. Und da wird es in der kommenden Nacht auch richtig kalt. Es gibt ein paar Auflockerungen Richtung Westen. Und über den Schneeflächen purzeln die Temperaturen in den Keller. Und auch in der Mitte Deutschlands ein Streifen mit ein paar Auflockerungen. Und auch hier gehen die Temperaturen zurück. Man sieht sogar auf der Temperaturvorhersagekarte sehr schön, das ist dieser Bereich. Und dann eben das Enzland nochmal mit dabei. Die Nachttemperaturen hier verbreitet bei minus sieben bis minus zehn Grad. Bei Aufklaren über den Schneeflächen tatsächlich auch deutlich unter minus zehn Grad. Ansonsten ist es nicht ganz so kalt. Am Alpenrand natürlich auch zum Teil strenge Fröste. Am Oberrhein Temperaturen nicht allzu weit unter der Nullgradgrenze. Morgen dann ein paar Auflockerungen im Westen. Ansonsten bleibt es meistens zugezogen. Niederschlag ist kaum zu erwarten. Der Wind ist kaum spürbar. Die Tagestemperaturen verbreitet im Dauerfrostbereich. Minus zwei bis minus sechs Grad in vielen Landesteilen. Nur in wenigen Regionen sind die Temperaturen deutlich darüber. Am Freitag recht freundliches Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Ab und zu fällt mal ein bisschen Schnee. Viel ist es aber nicht. Die Tagestemperaturen weiterhin meistens deutlich unter der Nullgradgrenze. Nach Westen hin ein bisschen milder als in Richtung Osten. Tja, und dann kommt der Samstag. Und mit ihm kommt die mildere Luft. Vom Westen hereingezogen. Ein Tiefausläufer, eine Warmfront bringt zunächst Schneefall. Später dann gefrierenden Regen. Und dann geht das Ganze in Regen über. Und diesen Übergangsbereich zum Teil extrem glatte Straßen. Bei uns in Deutschland betroffen. Vor allen Dingen die Nordhälfte und die Mitte Deutschlands. Nach Süden hin hält sich bis zum Abend noch die kältere Luft. Im Alpenraum zum Teil strahlenblauer Himmel. Herrliche Fernsicht. Auf den sicheren Pisten kann man dann wunderbar Skifahren an diesem Samstag. Nach Norden hin ist das Ganze eher ungemütlicher. Und bis zum Abend steigen die Temperaturen verbreitet auf 2 bis 5 Grad an. Am Sonntag schwächelt dann schon die Warmluftzufuhr. Die Temperaturen gehen sogar schon in Teilen langsam wieder ein bisschen zurück. Die Niederschläge teils als Schneeregen, teils als Schnee. Aber in den tieferen Lagen eben auch häufig Regen. Und in der kommenden Woche setzt sich dann erneut die Kaltluft bei uns durch. Sie scheint sich nicht geschlagen zu geben. Es ist nur ein kurzes, etwas milderes Intermetzum. Wie das Wetter bei Ihnen wird, ob es da Schneeregen gibt oder Schnee oder Regen und ob die Sonne herauskommt, das erfahren Sie bei uns unter wetter.net. Machen Sie es gut. Tschüss.